Am Dienstag geht es für Atletico Madrid zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zu Juventus Turin. Das Hinspiel gewannen die Madrilenen mit 2 zu 0, so müssen sich Cristiano Ronaldo und Co. strecken, um den Einzug in die nächste Runde zu schaffen. Alle wichtigen Infos zu der Partie findet ihr hier. TV-Sender, Livestream und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, da sich Sky die Übertragungsrechte für das Spiel von Schalke gegen Manchester City gesichert hat, wird Juventus Turin gegen Atletico Madrid nur bei Dazon zu sehen sein. Somit ist die Partie nicht im TV zu verfolgen. Das Spiel ist im Livestream auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform Dazon zu sehen. Dort kann die Partie am Computer oder auch auf mobilen Endgeräten über das Internet verfolgt werden. Es ist auch das Duell der beiden Superstars, Griezmann gegen CR7 in der Serie A läuft es für den Rekordmeister Juventus Turin zur Zeit sehr gut. Nach 27 Spielen ist man immer noch ungeschlagen, die letzten 5 Spiele wurden allesamt gewinnen. In der Champions League hingegen gingen die letzten beiden Partien verloren. Nun geht es darum, auch in der Königsklasse wieder zu gewinnen. Nach zwei Niederlagen in Folge Anfang Februar läuft es auch für die Mannschaft von Diego Simeone wieder sehr gut. Sie konnten die letzten vier Ligaspiele zu Null gewinnen und stehen auf dem zweiten Platz hinter dem FC Barcelona und vor dem Stadtrivalen Real Madrid. In der Champions League haben die Madrilenen bisher nur eine Niederlage hinnehmen müssen und sie gewannen das Hinspiel gegen Juve mit 2 zu 0. Im heimischen Stadion ist Juventus Turin besonders stark, doch es wird sehr schwer, das 2 zu 0 aus dem Hinspiel aufzuholen. Atletico Madrid hat eine hervorragende Defensive und ist auch immer für ein eigenes Torgut. Juve muss selbst mindestens zwei Tore erzielen und aufpassen, dass die Mannschaft von Simeone nicht das wichtige Auswärtste schießt. Die Chancen für ein weiterkommender Italiener sind somit eher gering. Vielen Dank.